Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und einer weiteren wöchentlichen Herausforderung. Und zwar müssen wir tanzen bei abgestürzten Luftschiffen. Wir verfolgen das Ding wieder, damit wir auch genau wissen, wo wir hin müssen. Und ich würde euch empfehlen, die abseits gelegenen Luftschiffe zu nehmen. Natürlich müssen wir noch ein bisschen weiter reisen. Und natürlich kann man auch einfach hier quer durchgehen. Muss ich aber wissen, welche Route am besten ist. Ja, aber natürlich ist, wenn man gleich hier droppt, die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, relativ hoch. Das heißt relativ hoch, aber in der Nähe von Tiltet ist halt immer relativ viel los, ne? Und ja, jedenfalls stoppe ich mein Spiel und zeige euch, wie das Ganze auszusehen hat. So Leute, ich bin jetzt beim ersten abgestürzten Luftschiff. So, ich gucke mal, ob das jetzt reicht, wenn man hier am Rand schon tanzt. Yes, das reicht sogar schon. So Freunde, ich bin leider gestorben, aber das ist gar nicht schlimm, weil wir müssen das Ganze ja nicht in einer Runde machen. Ich befinde mich jetzt hier unten, hier oben rechts bei dem nächsten Luftschiff. Und zack, wir haben zwei von drei abgeschlossen. So Freunde, und hier befindet sich jetzt für mich Flugschiff Nummer drei. Und einfach noch mal kurz tanzen. Zack, und da haben wir es gesehen. Die Herausforderung wurde abgeschlossen. Mehr gibt es dafür nicht zu sagen, nichts zu tun. Ist also recht entspannt und recht einfach wieder. Gerade, weil wir das Ganze halt auch über mehrere Runden hinstrecken können. Und in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.